Hallo, 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 weiter geht's mit Taxi Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich, wir starten auf Säure 22, es ist schon dunkel, mitten in der Nacht, nimmt der Lars auf, am Wochenende, läuft bei mir, ich hoffe ihr habt auch noch am Wochenende, müsst ihr natürlich haben, es ist bei euch jetzt Samstag, bei mir ist Freitag, egal, wir sind wieder am Start und nicht zu vergessen, heute gibt's einen Livestream, so gegen 18, 19, 20 Uhr, kann ich euch noch nicht genau sagen, die Ankündigung bzw. Ankündigungsvideo wird dann online sein, so spätestens, das weiß ich nicht, ne, ihr wisst, also wenn um 18 Uhr das Video nicht da ist, Ankündigungsvideo, dann kommt der Stream gegen 20 Uhr, ich hoffe, das ist akzeptabel, wir schmeißen was ins Klöchen, Popöchen auf Säure 22, wer ist denn damit, sehr schnell, es ist nämlich Gold-Event noch nicht, sondern morgen, also in einer Stunde ist es 23 Uhr bei mir, von daher können wir den ganzen Rotz wegschmeißen und ja, Oktoberfest startet ja auch, ich weiß grad gar nicht, wir schauen mal eben im Forum nach, ach, was steht denn da, wir können nicht im Forum nachschauen, mhm, was ist denn da los, was ist denn passiert, ja, dann können wir leider nie nachschauen, ob Oktoberfest schon ist oder nicht, ganz, ganz, Oktoberfest, zum Glück, äh, OZAP wird es bald durch die Taverne hallen, blablabla, vom 22.9. bis zum 26.9., das heißt, am Wochenende noch nicht, 2000 Gaben, äh, blablabla, blablabla, und täglich bekommt man ein Freibier, man kann 320 dann Abenteuerlust, äh, ohne Pilze, beziehungsweise nur für einen Pilz ausgeben, äh, machen, das heißt, nächste Woche Oktoberfest, diese Woche leider noch nicht, weil, wie schon erwähnt, dass eine Woche, äh, darauf ist, da steht's, ich hab's nicht aus dem Forum, sondern da steht's vom Iron, dankeschön, Iron, vielleicht, äh, entweder ist es gildenintern, glaube ich, gildenintern, oder er weiß einfach nur, äh, dass ich im Forum gebannt bin, nein, das weiß ich natürlich nicht, so, Server 22, wie schon erwähnt, Waffenzauberlust ist immer Wunderbärchen, hier kann man gut vorbeischauen, wir haben zum Beispiel einen Trank, die können wir nicht kaufen, hinterher ist nur Crab, ja, die Waffe, oh, die ist ja ziemlich gut, aber ich will sie nicht, denn die ist vergiftet, Post haben wir ganz viele, ich werde uns gleich ein bisschen durchlesen, Zuschauer bitte lesen, achtmal ignoriert, achtmal ignoriert, warum dieser Smiley, weil du meine Nachricht immer ignorierst, und das schon zum achten Mal mittlerweile, deshalb bekommst du kein Nice, ne Scherz, bist ein geiles Player, dankeschön, nun zu meiner Frage, achte mal, okay, bei Krieger muss man da auf eine kleine oder große Spanne achten, und wenn du Lust hast, könntest du bitte meinen Schar bewerten, beziehungsweise die Items auch anschauen, wir vorhin grüßen der CRC und hoffe, musst nicht zum neunten Mal schreiben, nein, Mr. Zerzi, also, ich sag mal so, beim Krieger ist die Spanne genauso wichtig wie bei jeder anderen Klasse, bloß der Krieger hat halt nicht so eine große Spanne, da ist der Durchschnittsschaden etwas wichtiger, aber genau das gleiche gilt, aber wie gesagt, da ist die Spanne meistens nicht so ganz so krass, deswegen mehr auf Durchschnittsschaden, ihr müsst überlegen, ihr seid ein Krieger mit einer dicken Rüstung irgendwo in der Arena und bekommt die ganze Zeit in der Fresse, beziehungsweise ihr steht die ganze Zeit, ein Krieger ist halt da, der bekommt in die Fresse und muss halt konstante DPS Damage per Second rausdrücken, deswegen sollte er viel aushalten und konstant sein Damage rauskatschen, Mages und Kuni sind dann mehr, Kuni natürlich ausweiten, 50% ist EOP, aber Mages sind dann halt mehr auf den Crit Bonus, beziehungsweise auf den Crit ausgelegt, Mages brauchen Crit und sie müssen weg Critten, weil wenn sie nicht Critten im Kampf, dann Critten sie halt nicht, beziehungsweise sind nicht ganz so geil im Critten und machen nicht so viel Damage. So, wir skillen jetzt erstmal, bevor ich die ganze Zeit über den Crit hier rede, Rang 10 sind wir nur, das ist nicht akzeptabel, wir skillen erstmal Geschick, ein bisschen Ausdauer rein, Nebenattribute, Arena Kampf gegen Mr. Mushroom und wir gewinnen selbstverständlich, Rang 6 ist okay, damit können wir leben, glaube ich letztes Mal Rang 1 ist gar kein Ding von King, weil wir reißen es einfach nur, dafür gibt es selbstverständlich wie immer einen. Nice. Natürlich, sehr, sehr schön. In der Gildade sind wir noch bei dem großen Pisacker, der ist ganz groß, der ist nur am Pisacken, der alte Drecksack, deswegen werden wir erstmal im Dungeon und zum Dämonenportal schreiten und ich glaube, dieser Kollege fällt 1% mehr ab, jawohl. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, wenn ja, steckt eure Hand in die Hose und rubbelt los, wie so ein Geisteskracker, nein, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben natürlich, ihr wisst ja Bescheid, der Lars, der ist like, geil, genau wie ihr Bonus geil ist. So ein Typchen, wenn wir diese Mr. Ruh bezahlen, vielleicht mit 1% mehr HP, könnten wir diesen Kollegen schaffen. Ich weiß gar nicht, bezieht sich dieser HP, bezieht sich aber, glaube ich, nur auf mich und nicht auf meinen Begleiter, ne, weil das wäre ein bisschen OP, wenn meine Begleiter auch 1% mehr Damage hätte, ne, ist okay, ist alles im keinen Bereich. Nochmal Meinung zu gestrigen Part, übrigens der XSL-Part war der akzeptabel, akzeptabel, wenn ja, lasst es mich doch gerne mal wissen, auch in den Kommentaren, weil da kam nicht ganz, noch nicht ganz so viel Feedback und der Lars noch immer Feedback, denn Feedback ist, so gut, die, die Foodback, was, so, der will nicht fallen, okay, betreten wir, ups, Gildenangriff, natürlich melde ich mich um 5.37 Uhr, hui, also Wochenende hätte ich mich da nicht gemeldet, äh, beziehungsweise nicht am Wochenende, Entschuldigung, ist ja Wochenende, oh, ganz vergessen, der Lars ist wieder doof. So, wie greifen wir diesen Kollegen hier an, obwohl, ja, mit dem Handy spiele ich nicht Shakespeare, nein, nein, nur zu Hause mit dem PC, da spiele ich nur Cock mit dem Handy, mit meinem dicken, fetten Cock. So, wie greifen wir diesen Kollegen hier an, der große Piesacker, wo ich sage, die Grafik ist einfach nur dermaßen geil, dafür gibt es auf jeden Fall nochmal einen, nice, an diese Zeichnung. Wer das gezeichnet hat, ich liebe ihn und ich möchte gerne ein Kind von ihm. Okay, wir landen wieder im Turm, das sagt uns natürlich, Lars, versuch bitte diesen Kollegen nochmal. Weißt du, diese Animation, beziehungsweise im Turm, dann ist kein Bug, sondern man sagt einfach nur, dadurch soll man mehr Trice im Turm verbrauchen, okay. Und das mit der Anzeige wurde ausgestellt und zwar hier sieht man wieder, es ist wieder keine Anzeige. Ich glaube, wenn man einen bestimmten Prozentsatz nicht erreicht bei dem Dämonenportalgegner, ich glaube, wenn man nicht 1% mindestens abzieht, dann wird das nicht mehr angezeigt, was ich ein bisschen schade finde. Das ist echt, weiß ich nicht, finde ich kacke, obwohl das natürlich voll gespampt, aber so finde ich es auch ein bisschen blöd. Der Schoki, der alte Orfi, 320 noch am Start, ich habe schon 9 Level gut gemacht, weil er inaktiv ist, so etwas nicht ganz so geil. Oder war es jetzt der falsche? Doch, Schoki, 320, ich bin 329, Schoki, 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 du alter Schoki-Bär. Ja, dann haben wir soweit, es war 22, glaube ich, durch, ich schaue mal eben noch hier, bewerten, please. Okay, wir schauen mal eben, hey Zuschauer, würde mich freuen, wenn du meinen Schaden bewertest und nochmal alles Gute zu mir an, Dankeschön. Und mal so als Tipp, nimm nicht immer 500 Pilze, das kostet auf Dauer zu viel, nimm einfach eine fette Ladung, da passt alles. Matthias, das Problem daran ist, wenn ich mehr wie 25 Euro bzw. 500 Pilze auflade, dann verbrauche ich auch mehr. Das ist das Problem. Aber ist eine Überlegung wert, ist eine echte Überlegung wert. Ich glaube, ich nehme einfach jetzt beim Pilzdealer jedes Mal 3000 Pilze, wenn Pilzdealer je wert ist, 20% mehr, dann reicht das, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange, aber es müsste dann ein bisschen mehr reichen, 25, das wäre ja quasi für vier Monate, dann muss es für fünf Monate reichen, sowas in der Art. Wir gucken auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, Dankeschön. So mathematisch gut bin ich gerade nicht. Dankeschön. Dankeschön. So, wir löschen dies hier und soll ich noch bewerten? Genau. Mach ich doch mal. Das ist ein Geld, wenn du. Entschuldigung. Musste gerne. Übrigens bin ich fast wieder 24 Stunden wach, also nicht wunderschön. 98% SA auf jeden Fall, sehr, sehr geil von Cleversmart, du alter Superboy. Nice. Bist du Harry Potter dann? Was haben wir denn hier? Tränke sind akzeptabel, 30% machen, weiß ich nicht, ob du nicht mehr aktiv 300 Alu spielst oder immer nur 100 Alu, wenn ja, oh 100 Alu, nicht schlecht, forever clever, mh, natürlich. Von den Items, lassen wir es mal stehen, du hast einen Zweig, nutzlosen Stock. Von der, äh, von der Skillung, tauchen 87, das ist alles akzeptabel, vielleicht ein bisschen mehr Critz-Skillen, weil du nur 25% hast, sonst passt es, mach bitte weiter so, mein junger Freund, und bitte behalten sie ihr Lächeln, weil es ist so wunderschön, wenn sie gerne bei den schwarzen Mund nehmen, wenn ja, oh, Deepfrau. Entschuldigung. So, hab ich dich bewertet, alles klärchen, mein Bärchen, ein neuer Tag, neues Glück. Hi, lieber Zuschauer, mein junger Boss, ich bin jetzt jung, brutal, gut aussehend, also Stufe 50, kannst du dir bitte ein Eis holen, mein Freund, und zu Schluss noch eine Frage, äh, noch eine Frage, kannst du jetzt mein Scham bewerten? Dankeschön, äh, äh, schon mal danke, machst du weiter, eine sehr coole Nachricht, dankeschön, wir schauen mal eben nach, äh, 50, äh, Level 50 ist akzeptabel von, äh, dem Sammelalbum, geht ein bisschen mehr, da geht ein bisschen mehr, junger Freund, äh, du wolltest doch nur Werbung machen für deinen YouTube-Kanal, da gibt's doch zu, gibst doch zu, haha, ja, passt, ist alles akzeptabel, Tränke sind okay, Mount okay, 100, 100 Alu-Spieler, boah, musste ich wieder, Entschuldigung, ja, sonst, äh, sehen wir auf jeden Fall, ähm, von der Skillung her, oh, du hast keine Schuhe, du bist riesen, dritter, da ist Klaus, bist du jetzt dieses traurigen Klaus, bist du auch sehr traurig, wenn ja, Suicide hilft, nein, Lars, ich kriege gerade ein bisschen Blödsinn, Entschuldigung, was haben wir denn hier, Intelligenz 3, das passt alles soweit, ein bisschen mehr Critflight-Skin, aber dadurch, dass du ja so ein paar Epics hast, passt es, alle Attribute, aber ein bisschen mehr Crit, passt auf jeden Fall, und das sieht schön aus, äh, irgendwie erkenne ich deinen Skin, ich weiß gar nicht, woher, bist du ein Faker, wenn ja, hm, ich hab keine Ahnung, hallo, mein Schnuckelchen, hallo, Lars, bitte guck dir mal den Screen an, okay, Screens jetzt nicht erstmal im Video, nein, 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 boah, ist das krass, ich bin gerade nur am Gänen, das ist gar nicht gut, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich nur am Gänen bin, ich hoffe, trotzdem habt ihr Spaß an diesem Part, so, im Dungeon, beziehungsweise, waren wir schon überall, wir gehen weiter aus, Server Nummer 30, und auf Server Nummer 30 sind wir natürlich noch am Stisse, war ich auf dem Klöchen, Popöchen, hab ich schon was reingekackt, die alte Spritzwurst, war ich, ne, ich war auf dem Klo, doch, war ich, glaub ich, ich guck nochmal nach, war ich auf dem Klo, hallo, ich will scheißen, ich muss dringend, ich hab Dünnschiss, ich hab Flattermann, okay, war dran, alles gleich hin, so, wir gehen auf Server Nummer 30, äh, der erste Server, hallo, Server 30, wie geht's denn so, hier ist schon was ins Klöchen reinknallen, ich glaub, der Ring kann weg, natürlich, wir haben einen besseren bekommen, oh, du warst schon drin, er kann dieses weg, das kann weggeschmissen werden, das kann weggeschmissen, das kann weggeschmissen, Server 30, so ein genialer Server, ich liebe ihn so dermaßen, und ich würde gerne so geile Sachen hier machen, Leute, wir müssen echt mehr auf Server 30, oh, ein großer Trank, sehr gut, was fehlt mir an Tränken, natürlich alles, selbstverständlich, alles, nicht nur etwas, sondern wirklich alles, was nicht so geil ist, oh, das ist, äh, ein kleiner Ausdauertrank, wir brauchen aber einen großen, was ist hier hinter, was ist dahinter, auch nur Crap, wir brauchen, oh, 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 ich dachte schon, ich würde einen Instant Orgasmus bekommen und den ganzen Monitor verspritzen, aber leider nicht, das würde ich nur bekommen, wenn der Trank des ewigen Lebens nämlich keine Pilze kostet, und wir brauchen nämlich gerade eben einen Trank des ewigen Lebens, schade, was haben wir hier in der Halskette mit 500, 501, nö, Waffen laden, haben wir auch nix, wir gehen auf Charakter, beziehungsweise in die Gilde hinein, bei Heavy Rain, okay, ich melde mich selbstverständlich zum Kampf, und werde als erstes skillen, weil wir können sehr viel wieder skillen, ich weiß, ich war hier lange nicht mehr, Entschuldigung, das gibt auf jeden Fall ein, und, äh, ein Po-Klatscher, aber jetzt nicht, weil ich gerade sitze, später, wenn ich aufstehe, gebe ich mir einen Po-Klatscher, Arena-Kampf gegen Kibaken, verloren, nö, 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 45 und die sind einfach not nice. Was? Spaß. Die sind geil und nice. Dankeschön. Mach mal bitte mehr Super 30, wenn es geht. Und better hier mal. Und selbst, wenn du nicht betterst, lad hier auf und starte richtig durch. Du meintest bei irgendeinem Part, ich soll mein SA von 75% auf mehr pushen. Habe ich gemacht. Du bist einfach der Beste und ich liebe deine Let's Plays. Dankeschön. Ich liebe dich auch. Oh, so süß von dir. Voll mit Kinderzeugen. Arschfick. Kannst du mich bitte bewerten? Habe nur wegen dir angefangen und wegen einem Freund angefangen Jason Fidget zu zocken. Dankeschön. MFG. Nico, einer deiner vielen Zuschauer. Sehr schön. Der Nico ist ein cooler Boy. Wow. SA auf 92,29% gepusht. Meine Fresse. Ich bin doch zu etwas gebrauchen. Zu gebrauchen. Also meine Tipps sind doch wohl gut. Sehr schön, Nico. Nice. Gibt ein dickes Nice. Tränke, Maul, akzeptabel. SA, oh Gott, gleich. Sehr schön. Kundi Bitch Mode on. Sehr genial. Oh, du siehst genauso aus wie ich fast. Oder? Genauso? Ich weiß es nicht. Auf Server 22. Und von den Wertnäher sehe ich auch keine Defizite. Vielleicht ein bisschen mehr Krit. Sonst passt es. Mein junger Freund, nimm den Mund und schluck richtig runter. Vielen, vielen Dank für diese nette Nachricht. Hey, und so hatten wir gerade. Und nochmal das hier. Du hast mich angegriffen. Das ist doch kein Problem, denn du bist nice und deine Videos sind der Hammer. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich gucke leider nur deine Shakes and Fidget Videos, weil ich nicht zu viel Zeit habe. Ja, so ist das im Leben, wenn man sehr oft lange Schule hat. Oh. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Könntest du mal ein Scharbe werten? Das wäre mein größter Traum, denn du bist mein Meister. Zuschauer P. Dankeschön. PS, wenn das im Video ist, dann ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen. Vergesse nie, dass du der Meister bist. Ich bin der Meister. Der Pokémon oder was. Lieber auf dem ersten Bitch. Blick, Entschuldigung. Bitch. Shake the Fidget, die Entdeckung von Lars. Sehr cool. Der Bubbles Z Trouble Z. Sehr cooler Name. Sehr coole Nachricht. Vielen Dank dafür. Selbstverständlich. Und wir schauen eben 83%. Da geht mehr. Du kannst mehr pushen. Du kannst mehr pushen. Von den Werten her schauen wir eben Intelligenz. Es passt soweit. Ja, ein Ticke mehr auf Chris. Sonst ist es in Ordnung. Tränke Maut, akzeptabel. Das ist eine schöne, flockige Frisur. Alles wunderbar. Ich mach bitte weiter. So eine sehr schöne Nachricht. Gefällt mir. Und zwei sehr schöne Nachrichten. Wow. Ich lerne mal Nachrichten. Ich hoffe, wenn wir auf Server 30 kommen. Weitere geile Nachrichten. So, wir gehen in die Gilde. Beziehungsweise erst in den Dungeon. Und versuchen hier natürlich im Dämonenportal diesen Zombie ein paar Prozent abzuziehen. Ja, jetzt nicht wieder vorgehabt, weil ich lange nicht mehr aktiv war. Schuldigung. Und in der Hölle können wir auf jeden Fall auch was versuchen. Und zwar haben wir hier den Seelenklumpen. Den sumpfigen Seelenklumpen. Beziehungsweise den klumpigen Seelenklumpen. Wisst ihr Bescheid? Die klumpige Seele. Ob dieser Boy fällt? Ich will gar nicht meinen ganzen Pilz ausgeben. Ai, ai, ai. Er fällt. Und ich sehe gerade rechts bei Spotify eine Werbung, wo ein Hahn auf einer Schildkröte reitet. Nice. Sehr schön. Für Studenten oder was? Spotify, geh mir nicht auf die Eier. Ich brauche unbedingt ein Premium-Ding. 97,200 Prozent SA. Richtig geil. Und in der Gilde haben wir auch was erreicht. Hier sieht man, der Lars ist noch da. Greifen wir mal hier an und versuchen auch ein bisschen abzuziehen. Ja, steht wieder nicht im Gildschein. Ist einfach zu schlecht für diesen Scheiß. Wird extra rausgenommen für mich. Und dann haben wir zwar bei 30 auf jeden Fall auch was Gutes erreicht. Weil wir können mal ein Türmchen versuchen. Ob wir da jemanden vergenussfäkeln können. Beziehungsweise anal beglücken. Entschuldigung, das ist ein böses Wort. So, oh, 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 oh. Das war knapp. Der Kollege fällt. Der fällt, der fällt. Ich glaube an das Herz der Karte. Der fällt. Der wird fallen. Der wird, oh, der wird fallen. Los, los, komm. Du willst es doch auch. Ich spüre es. Ich, ja, er ist da. Sehr geil. Eine Brust für den Krieger. Sehr schön. Die kann er natürlich selbstverständlich sofort bekommen. Sehr, sehr gut. Er hatte nämlich eine nicht ganz so gute. Aber die war auch nur akzeptabel. Und somit haben wir wieder einiges geschafft auf Server 30. Und es geht weiter mit Server Nummer 33. Hm. Hallo, Server 33. 153 Pilze noch am Stissel. Und wir gehen erstmal aufs Klöchen, Popöchen. Und klatschen hier selbstverständlich was ins Klo. Und werden den Rest verkaufen. Wir schauen mal im Waffen-Zauberladen. Ich glaube, ich hätte sogar den Wischmop reinklatschen können. Aber der ist halt schon nass genug. Waffenladen ist nix. Zauberladen. Ein Intelligenztrank. Was haben wir denn hier noch? Einen großen Ausdauertrank. Ist auch sehr gut. Tränkemäßig haben wir, glaube ich, noch alles sehr gut. Von Siez ist akzeptabel. Wir schauen eben in der Gilde vorbei. Hier sind wir beim Metzger. Der Metzger auf Server 33. Mit mir das verständlich zum Raid. Wow, wow, wow. Warum werden die Sachen halt hier so spät gestartet? Ja gut, ist Freitag. Dann ist okay. Dann ist okay. Einen Livestream. Aber den haben wir auf morgen, beziehungsweise auf heute verschoben. Also denkt an das Ankündigungsvideo, was heute wahrscheinlich kommt. So, wir schauen mal in der Post. Vorstellung, Rate 29, Char-Bewertung, Oktoberfest. Du bist der Beste. Hm. Hi Lars, du bist der Beste. Du bist, äh. Hi Lars, du bist der Beste. Shakes and Fidget und Cocklets Player, den ich kenne. Dankeschön. Kennst bestimmt nur einen. Ich hab wegen dir wieder angefangen, Shakes and Fidget zu spielen. Könntest du meinen Char-Bewerten? Ich bin endlich Stu 50. Natürlich. Nickname. SA, da geht mehr. Das sieht nicht ganz so rosig aus. Tränke. Äh, äh, sehen auch nicht rosig aus. Du hast einen Stärketrank. Nimm den raus und verbrenn ihn und werf ihn irgendwo gegen. Nein, bitte keinen Stärketrank. Bitte nicht. Nein. Mount ist okay, aber kein Stärketrank. Ah, Finger. Ich hab einen Krapfenfinger. Fuck. In meinen Ringfinger. Ah, das ist nicht gut. Der alte Ringfinger. So. Was haben wir denn hier? Von den Werten her sehen wir auf jeden Fall auch ein paar Defizite. Ein bisschen mehr Intelligenz und ein bisschen mehr Glückskind. Sonst passt es. Aber nimm den Trank raus und push dein SA alle 10 Minuten angreifen. Das kannst du. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Wir skillen etwas. Auf Assist-Server. Wir haben hier nämlich 29% Kritt. Das passt. Arena-Kampf gegen den Gantui. Verloren. Rang 143. Okay. Gehen mal in den Dungeon und werden hier mal versuchen, mit dem Mohnenportal diese beiden Doppel-Zombies wegzuklatschen. So, Spaßmacher-Bronko. Hatten wir nicht letztes Mal ein Tri-Ware auf 1%? Weil ich glaube schon. Ist das wieder drin? Ist das wieder drin? 1%? 1%? Oh, das war schon wieder so knapper. Das war gerade wieder eine richtig knappe Kiste. Los, Mr. Bronko. Sie sind doch ein Spaßmacher. Bitte fallen Sie auf. Ich bitte Sie. Bitte, 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 Mr. Bronko. Wieso nicht? Wieso glauben Sie nicht an das Herz der Karten bzw. an Ihren grünen Haaren? So, wir gehen auf 140 Pilze. Mehr habe ich keinen Bock. Weißt du? Mehr habe ich einfach keinen Bock. Mein Handy vibriert. Eieiei. Wer ist denn da? Okay. Vibriert. Alles klärchen. Dann gehe ich gleich mal drauf schauen. Ja, mitten in der Nacht fällt den Roller her. Was ist denn los mit dem Roller? Oh, Mr. Bronko, Mr. Bronko, Mr. Bronko, Mr. Er will mich verarschen. Not nice. Der sagt einfach nur, Lars, du wirst mich heute nicht klatschen. Und gestern auch nicht. Das ist einfach der grüne Boy. Der grüne Spaßmacher Bronko. Er will nicht. Er will nicht. Geh auf 130. Wollte einfach nur auf 140. Aber jetzt gehen wir auf 130. Aber er fällt einfach nicht. Bronko, leck mir doch die Puppeerze, du alter Drecksack. Ah, ist ein bisschen blöd. So, wir treten dann nochmal in der Gilders-Dämon-Partei. Die haben wir ja schon, natürlich. 143 Elemate. Wir sind gut dabei. Greifen wir den alten Metzger. Hallo Metzger, wie geht's dir so? Du siehst ja lustig aus. Ich erinnere, wenn ich dich ansehe, erinnere ich mich immer an Helbo. Aber ich weiß nicht, vielleicht weil du Rupp bist und aus dem Dämon-Portal. Ja Leute, dann war's das wieder. Alte Server rausgepackt, beziehungsweise Server 22, Server 30, Server 33. Morgen dann wieder die 23, 2 UK. Was haben wir noch im Petto? Server 3 und die ganzen Geschichten. Also morgen könnt ihr euch auf diese Server freuen. Meinung, Kritik gerne zu diesem Part in die Kommentare. Ich lese was... Selbstverständlich alles. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Mit einem Daumen nach oben bei 100 Likes werde ich wieder durchdrehen. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann hoffen super, neuerer Boss. Reingau, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, ihr seid die Beste, die Beste, die Beste. Nice. Und tschüss, ihr seid die Beste.